Wir kommen gar nicht auf die Weltkarte. Ne, wir haben auch alle Welten durch. Sicher? Bilde mir ein, es ging dann... Hör mal rum. Nicht so laut. Es wäre wieder die Dschungelwelt gewesen. Vielen Dank. Okay, kommen wir zu einer Zusatzwelt? Oder einfach nur noch einen Extraboss? Oder das Chicken? Das war keine Rabe. Auf der ganzen Seite war das mal ein schwarzes Huhn. Scheiße. Zum Schluss lädt sich alles auf. Scheiße, was war da nochmal die Handlung? Handlung? Was für ein Handlung? Ja, weiß ich nicht. Waren wir eben jetzt auf dem Planeten hier? Jetzt kommen unsere Freunde und holen uns zurück. Nein, nein. Damit die Hühner wieder in Ruhe Eier legen können, oder was? Bokok! Äh... Siehst du? Einmal rumt. Tatsächlich? Aber was dir auffallen dürfte, es gibt auf einmal einen Pfeil nach oben. Das ist korrekt. Was heißt das? Stolperwelt? Oh Gott. Ich raste aus. Na dann, mal los. Ich möchte nicht stolpern. Da kommst du wohl nicht drum rum jetzt. Ja, das ist jetzt so, das kann man überall runterfallen. Das ist doch noch echt nach Spaß. Das erinnert mich an die Luftwelt aus Baldur's Gate. Erinnerst du dich? Das stimmt, ja. In diesem Level musst du die von unten kommenden Luftströme ausnutzen, um vorwärts zu kommen. Oh Gott. Lass dich auf dem Luftstrom von deinem Schatten leiten. Der Luftstrom kann ihn plötzlich aussetzen, nur dass du Bescheid weißt. Danke. Toll. Upsi. Ich habe mich das zurückgeschossen. Ich will mich verarschen. Hör, 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 hör. So, ich habe unsere Verzeigung, ich drehe mich hier im Kreis, bis du auch oben bist. Ich check's noch nicht. Du bist wahrscheinlich irgendwie auf einer Wolke und musst dann springen. Da siehst du, springen, springen. So, jetzt lässt du dich schön hochtreiben, bis ganz, ganz nach oben. Da hat man den Schatten über diesen Ventilatoren, ne? Darauf aufpassen, dass du halt drüber bleibst. So, jetzt einmal ordentlich hoch und dann bist du drauf. Nee, rechts oder geradeaus? Nie geradeaus. Gott sei Dank. Gut. Was ist kompliziert? Du magst es bereits wissen, aber in diesem Level musst du den Wind ausnutzen. Sieh dir zum Beispiel mal den Fächer da an. Die erzeugte Brise gibt dir Schwung. Die Kontrolle über deine Bewegung unter dem Einfluss dieser Brise ist allerdings schwierig. Keine Ahnung, dass ich mir das aufgenommen habe, aber das Kabel von meinem Headset hat komisch an dem... Was zum... Sessel gequietscht. Ja, sieben Sekunden, Edge. Ich habe vergessen, was du vorgelesen hast. Was hast du vorgelesen? Ich lese auch noch was vor. Dieser Teil ist schwierig. Um vorweszukommen, musst du dich an die Leinen des Ballons hängen. Um von Leine zu Leine zu springen, drück die Sprung-Taste. Zum Greifen der Leine drückst du die Action-Taste. Das klingt ja auch Spaß. Mehrmaliges Drücken der Action-Taste nützt nichts beim Greifen der Leinen. Du musst dein Timing beim Greifen verbessern. Zeit aus. Na endlich, ich bin nur zweimal rein. Wuhu. Was hat mich denn jetzt getroffen? Hm. Der Asi schießt jetzt hier noch mal nach hinten. Das ist aber voll frech. Na endlich bin ich mal hier. Was mit dir? Ich habe geträumt, du warst so gebannt, dass du das schaffst, dass ich mir ein bisschen falsch gelaufen bin. Oha. Hä, wie soll ich da denn drauf kommen? So, weg mich die scheiß Teufel hier. Ich sehe da schon Tasten, 0, 1, 2, 3 und so. Na, da unter dir ist noch ein Benilator-Dings, hast du gesehen? Hm. Jetzt muss ich warten, bis dann der Fläche ganz oben ist, bis die ganz oben ist und jetzt will ich losjagen. Ich wurde angegriffen. Nein. So, was über den Kackfugel. Boom. So, Achtung, du musst mir jetzt was anmachen, die Kacka. Ja, ich höre mal was an, hier, vom Heiligen Hähnchen. dieses ein ventilator mit dem kommst du vorwärts das nicht dein ernst so oft nur das ist die windstärke verstehen da kommen wir filmst zu wenig wieder aus wie eine wolke die wolke ist auf 1 0 auf weniger auf 0 also dann kommt die wolke zurück ein so drauf kannst ich glaube ich muss doch ausschalten damit du nicht weggeweht wirst dann von der ausschließend auf das andere oder was das wird nix ich glaube da hätte ich noch mehr support was ihr seid doch was da wirst du ganz ins rückgeschäft ja wo man soll auf 1 jahr auf zwei sagen sie machen soll was machst du denn ich dachte ich komme doch jetzt diese arsch also muss ich erwarten ja ich weiß nicht wie ich die 90 sekunden kriegen soll wenn ich ehrlich bin nein ich kriege die 90 sekunden nicht kann ich mich gehabt nehmen das funktioniert einfach nicht sind auch nur 60 meine ich ja ich weiß was ich meine ja dann scheiß drauf und was das ist vielleicht gar nicht bewegt mich doch pausenlos ich versuche es noch einmal dann hör auf ganz vergessen ich habe die zeit zu spät was ich habe die doch eingesammelt siehst du siehst du die 60 unten und ich auch mal hier so ein komisches qualending was bringt das denn das kann ich poste mal ich poste das weg indem ich hier ansprache und ich das ist ein strohhalm ich so viel verzichter aus ok verstehe 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 das ist eine formidale kamera perspektive wenn ihr möchtet ja aber das ist auch schon das ziel begeistert wir haben es geschafft doch den tag nicht vormachen furcht war sie für leckt mich doch am arsch für claudy glaub ich dachte gerade wer ist claudy englisch verwolkig was ist das hörnchen kanon keiner ich möchte hier rein ok wo bist du rein in die mitte ich bin am anfang links sogar bei zeit angekommen die gläte spielt sie von selbst wir haben putze sie dir die scharfe flugmaschine das steigt ein und bereite dich auf den angriff aufs himmelsschloss vor da hat sich dann versteckt so kann ich hier noch hier war noch was ich komme so ganz puzzle stück kann aber sie machen muss man sowas machen ich darf nicht auf springen ist eine unsichtbare wand drauf ich habe auf jeden fall noch zeit das schöne zeit das heißt ich will wahrscheinlich mit dem falschen rohr herangekommen mit irgendeinem anderen rohre ich wahrscheinlich oben auf dem turmlein oder so hätte ich wollte da kaputt geht der stadt rein so das bereich in angriff ja laserstrahl rechts verzeihung links weil links ist doppel zeit mehr schnell rechts und soja jetzt und weg hilfe ja das war es auch schon rinder genau das wollte denn von uns müssen irgendwas kaputt schießen wahrscheinlich müssen ich muss so eine bombe greifen und mit der wahrscheinlich das tor kaputt beim sinn kannst du was greifen ich konnte gerade eben was kann ich ja nicht mal die zeit also rüber fliegen was man möchte das ist gar nichts also ich habe auf der x-taste bisher noch nichts also soll ich so eine bombe an und kann so steuern dass dies hier da steht auch nichts oben rechts bei dir auf der x-taste oder so also einmal hatte ich es ganz kurz aber jetzt schon länger nicht mehr so dann nehme ich diesmal die mitte richtig das ist das puzzle stück geschossen das hast du hast das ding geholt geholt ich raste aus wieso haben wir jetzt die höhe verändern wenn es scheinbar kann ich doch was machen habe ich doch gesagt du sollst mal nach vorne drücken ausprobieren sitzt nach vorne wieso haben wir diesmal weniger zeit als sonst hier ich weiß es nicht so gleich links zurzeit sehr gut und die weinen die kann der kanone hängen wie 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 Den krieg ich jetzt von der Kurve nicht mehr. Was? Du bist da dran vorbeigeflogen. Die Höhe war optimal. Nee. Roms. Okay, der geht auf mein Konto. Kacktür. Was für ein ätzender Krampf. Ja, nee. Kommt Gagamini an mir. Geh durch die Tür in das Schloss. Sei darauf gefasst, dass dein Abenteuer von jetzt an um einiges schmieriger wird. Ich freu mich drauf. Kannst du auch mal nach Doppel springen? Ja, sagst du? Nee, sag rein. Achso, du hast die Tür geöffnet. Ja, Bäm. Hier kommt mal ein Kinderspiel das Level. Und mit dir überhaupt ein Fest? Hm. Ich hab ein Geschenk besorgt, ja? Hast du dir schon mal Geschenke besorgt? Alle drei Geschenke hab ich besorgt. Du hast einen Ami Teddy eben gekriegt. So, wenn du die Tränen von der Brille gewischt hast, sag Bescheid, dann drücke ich. Ja, ist gut. Hm. Ich will nicht noch mal so eine Flugscheiße haben, bitte. Nein, ich wollte keinen Doppelsprung. Dillotine? Was ist das für ein Rhythmus? Ja, der ist gut. Was ist das? Die Dekore. Bei dir rechts kannst du nicht rauf springen, nur zur Info. Ach, leck mich doch. Oh, hallo. Wurste von der ersten auch getroffen oder von der zweiten? Nur von der zweiten. Wow. Achtung, bei dir stehen irgendwelche komischen... Jetzt hab ich mich auf deiner Seite konzentriert und wurde von den Trümmerhaufen hier erwischt. Ritter Robotski? Hm. Ich stehe wieder auf? Ich stehe halt irgendwas aus. Das ist aber nett. Guck mal hier. Horsen, Horsen, Pischlosen, Löwe. Was macht der Löwe? Der brüllt. Der hat vor allen Dingen Tatzen, Junge. Kannst du den ablenken? Der Tatzen, Junge. Ich habe hier nichts zum Ablenken. Guck dir was an, was er für Tatzen hat. Nimm mal das große Stück. Also ich äh... Der Apparelo hier in der Mitte oder was? Ja, vielleicht. Nimm nein. Oh, Doppelsprung. Ja, du hörst Wasser, finde ich gut. Löw es man lassen, oder? Oh! Oh. liebe kinder merkt euch das wasser tötet lösen das ist doch ein blatt wieso bin ich doch gelandet soll ich erst raus springen ja kannst du mich hochpumpen gib ihm gib ihm nicht aufhören ich höre hier nicht auf das könnte reichen ich bin ja instant wieder auf wie beschissen ist dass er verfolgt mich die gas ich sehe nichts die gas die also die kommen von draußen reich gesehen was denn wieso ich habe ihn ja ja das ist doch das mit der reihe probleme ich weiß nicht was ich machen kann irgendwann gehen sie drauf muss die mehrfach treffen und ich bin meine los ist ein knopf gekriegt was macht der knopf ich habe es auch ein knopf knopf auf eine runde und dann siehst du wohl nach knüller meier auf automatischen donner herrlich das ist nicht schon mal so dieser bloß mit rollentausch scheiße die waren das noch mal also ich muss ihn wieder vorne und dann stupst sie ihn dann darf mich heute bewegen vielleicht so geht es nicht gut wieso trifft er mich denn hier würde ich nach unten links laufen vielleicht kann es noch mit ihr wischen mit dabei läuft kann ich habe am ersten auf haben noch drei treffer gereicht oder nicht jetzt wird halt immer schwerer ja herrlich bitte bitte rette mich nicht so wenig jetzt 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 hier noch über muss wahrscheinlich über unten ich möchte auf jeden fall dass wir das jetzt schaffen wäre schon schön vielleicht ist es schlau wenn du in den ersten zickzack lockst ach quatsch da geht ein hasen jetzt raus du hast ein kleines Teil im Honing kann das sein ja schlüssel oder was was geht die zeit auf immer noch weiter das war scheiße den sprung runter ist nicht nur das war wahrscheinlich automatisch ja was kann wir nicht springen und wurde dann runter gesetzt herrlich herrlich du klasse der augenblick des allerletzten kampfes ist gekommen dieses level unterscheidet sich von allen anderen wenn du hinfällst heißt es game over du musst also absolut sauber springen die fußrasten bröckeln wenn du drauf tritt wenn du zu lange drauf bleibst fällst du runter sei vorsichtig action oh gott chaos im ende game over fallen um fallen um war es normalerweise schon längst game over wenn ich hier bin ich raste aus ober 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 so um arsch was breite drauf gelandet hier ja noch bloß auf den profil da rein haben und sicherheit und sicherheit ist ich weiß noch nicht ob das für sicherheit ist ich sehe nix ok los bist du von wegen sicherheit ja wie hier bist du in die in sind des oder was also ach so die rollen ganz lieber wo soll ich mich denn da verstecken das ist doch keine kamera in jahren ist halt so arschig dass du halt den ersten schaden schon mal direkt weg christ wieso setzt da ein auch zurück das verstehe ich nicht dass wir doch einfach platt da vorne schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon ich bin drüben jetzt muss ich hier pinken robot ist erstmal ja mit 80 jahres kann sich mal vergessen er hat mich er hat mich so zwei wäsche mal los ja wenn du einmal so geschnappt wirst und da nicht mehr rauskommt es aus der nummer wirklich mit dem fackern überhaupt kämpfen gute frage einsam und durch ja einsam und durchkommen ich bin ein bisschen im kreis und man ist so 800 auch toll was hier noch ist zeit was da passiert jawoll und nun auf dem hasen was hase hase ach ja was müssen wir jetzt machen wir den scheißhasen auf dem korb auf dem korb mehrmals auf dem korb wie oft denn kinder so dreimal muss aber reichen nein dreimal reicht nicht viermal die uns zu wenig fünfmals kaputt ok das hat sich noch gelesen haben bevor die zeit außer ist schon komm schon komm schon du hast es geschafft ich wusste dass du das zeug dazu hast ja kriegst du dann noch deinen hohen ich kann es kaum fassen dass du soweit gekommen bist ha 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 halt aus ehrlich oh das war schon hättest du dieses schild nicht lesen wollen na komm das machte keinen unterschied glaube ich die für dämlich dämliches level ganz beschissen dämliches level ich freue mich auf den boss die haben sie gar nicht erwähnen die am komischen die dämlich auch nicht so soweit kommen die hatten da nichts vorbereitet ja wahrscheinlich kommt jetzt auch kein boss mach jutt ja mach den scheiß noch alleine nooo ich pute mir da was noch anderes aus diese Hühner warum denn die Hühner überhaupt warum spielen wir Hasen also es ist äh ist egal so einen Huhn will ich auf jeden Fall auch haben sieht gut aus Dark Overlord the Moon geil so einen riesen Zinken in der Nase ich wollte gerade fragen wo die Nase saß er ist das auch noch geguckt hat ja komm hier Kanone und so äh greifen Lose büms so ich bin schon mal getroffen und nun du schießt ihn noch nicht was machst du denn da ich hab nix gesehen du Vogel das blau getroffen dann hast du weitergebrochen nur 5 Treffer dann kriegen wir keine Zeit dazu bei ihm hier jetzt ist alles dunkel hallo wir kommen bei dir nicht gesehen ich hab mich auf dich konzentriert nein Gott das ist neu Arsch Arsch möchtest du noch ein Motivationsarmee Jenny ich möchte hier nicht immer gemästet werden ist das hier heimlich so ein Feeder Kanal du lädst die Leute ein zum Spielen und mästest die dann wir machen deswegen die Fotos genau deswegen er hat schon ganz dicke Backen bekommen na ja Komm her, komm her, komm her! Oh Gott, wir haben nichts. Komm her! Oh, komm! Wo sonst? Oh, war nicht bei mir. Bei mir! Schade, du musst doch nicht mal unbedingt. Wo ist der erste? Weg! Oh, come on! Komm her, komm her, komm her, komm her! Ja, 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 ja! Weg, 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 weg! Ja, der hat mich angekarrt, der andere. Und, nee, doch bin ich noch gekriegt. Na, kaum schon. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ich nicht! Und jetzt? Ganz entspannt. Kein Stress. Kein Stress! Easy peasy! Ganz normal! Jetzt mach doch noch was mit den Staturen. Pass auf! Oh Gott, da kommt noch was. Ich hasse ihn. Das geht gar nicht. Das wäre dann echt ein bisschen... Ich kann mich auch gar nicht bewegen. Er kann nichts mehr machen. Na? Speichern. Speichern ist gut. Bitte, bitte. Möchtest du? Ja, ich möchte. Chestnut und Cream haben den Mond, was? Endlich zurückerobert. Es ist ein Hahn! In jedem Moment erschien erneut der geheimnisvolle Vogel, was? Verstanden aber auch Vogeln? Gut gemacht, ihr beide seid wahre Helden. Jetzt kann das Kaninchenvolk mit den Vorbereitungen für das Mondfest beginnen. Warte, meine Tare von den Helden, eure Arbeit ist noch nicht getan. Am nächsten Abend leuchtet der Mond am Himmel, während das Kaninchenvolk mit den Vorbereitungen für das traditionelle Fest beginnt. Doch Chestnut und Cream sind nirgends zu sehen. Sie sind immer noch auf dem Mond. Sie sorgen dafür, dass es nicht wieder fortläuft und den Kaninchen das Fest verdirbt. Das ist er, Entschuldigung. Das ist es. Du, so wie schnell ich hier durchtouren muss. Um diese ehrenvolle Pflicht erfüllen... Und diese ehrenvolle Pflicht erfüllen sie bis zum heutigen Tag. Wie, was? Versklavt auf dem Mond? Sag mal, für jeden Boss kriegst du eine Videosequenz und hier jetzt nur so ein paar Zeichnungen? Versklavt auf dem Mond, was? Oh. Ich bin ein bisschen stolz auf uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es aussieht, als sei es ein Spiel für Kinder und Pups leicht, ist es nicht. Es ist nur eine recht kindliche Optik, die mir allerdings gefällt. Es ist mal anspruchsvoll. Insbesondere die Letzte Welt und der Endbosskampf. Sodass man wirklich hinterher ein Gefolgsverfühl hat. Ja, und wie gesagt, man ist auch sehr... Also nicht Fake-Koop, sondern auch... Man muss sich vernünftig absprechen. Da haben wir manchmal so ein bisschen drunter gelitten. Bitte? Also man ist auch aufeinander angewiesen, also es macht schon Spaß auf jeden Fall. Mhm. Und man kann es ja wie gesagt auch alleine spielen mit einem Controller. Rechter Stick für den rechten Hasen, linker Stick für den linken Hasen, dann hast du halt vier Tasten. Das stelle ich mir sehr kompliziert vor. Also ich sag mal, ein paar Welten würde man davon bestimmt schaffen, wenn man sich eingewöhnt. Aber insbesondere die Letzte Welt und den Endboss möchte ich nicht alleine spielen, nehme ich beide Steuer. Das muss doch eine Katastrophe sein. Möglicherweise alles eine Frage des Trainings. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo so ein Speedman von irgendeinem abgefahrenen Südkoreaner gibt, der das irgendwie so richtig schön wegrotzt. Mit Sicherheit. Ja, zur Musik kann ich glaube ich nicht allzu viel sagen. Ähm, sie ist zwar witzig, geht ihm aber auf Dauer auf die Nüsse. Zumindest mal wenn man das Level beendet hat. Ja, dieses ne 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 ne. Aber gut, das ist gut. Kann man auch schnell wegdrücken, ja. Möchtest du noch was irgendwie sagen zur Optik, zur Musik? Zur weiß ich nicht. Ja. Ganz gesellig, ganz nett ausgemalt, möchte ich mal sagen. Was mich so manchmal an der an der Optik gestört ist, dass die Perspektive für mich etwas schwierig war. Die Kamera stimmt manchmal scheiße, ja. Das mit dem Schatten habe ich ewig nicht begriffen, wo ich dann lande oder sowas. Ich bin oft ins Leere gesprungen, wo ich gedacht habe, wieso ich bin da doch hingesprungen. Und dann war ich auf einmal ganz woanders gelandet. Ähm, das war schon manchmal ein bisschen komisch. Gehört vielleicht zum Spielprinzip dazu, ich weiß es nicht. Du hast dich glaube ich nie so hundertprozentig eingewöhnt mit dem Schatten, ne? Ich habe es auch erst heute geschafft, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ansonsten haben mir die Rätsel gut gefallen. Verschiedene Aktionen, die man machen konnte. Mit Hebel ziehen und drehen und hier Wasser hochpumpen. Durch die Gegend schießen. Auch die Elemente, die es dann gab. Grafisch in jedem Fall eindeutig eins der älteren Playstation 2 Spiele, möchte ich behaupten. Ich weiß gerade, ja 2001 siehst du. Äh, da gab es auf jeden Fall Spiele, die schicker aussahen. Aber trotzdem haben sie schön in Szene gesetzt. Und ich fand es toll, dass du für jeden Boss eine extra Videosequenz bekommen hast. Ich danke dir in jedem Fall für dieses, äh, Fest. Für dieses Mondfest. Das Mondfest. Euch fürs Zusehen und sag bis neulich. Ja. Ciao. Ist auch gut, dass wir zwischendrin vergessen haben, worum es überhaupt geht. Dass wir diesen blöden Mond wieder erfüllen mussten. Mhm. Mh-hm. 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 Bis zum nächsten Mal.